Du bist der Kamsi, Kamsi. Martin, was machen wir jetzt überhaupt eigentlich? Wir fahren nach Claro um 16 Uhr, nee 18 Uhr. Warum? Damit ich mein Vorderrad verkaufe und damit hier die Pfad weg war. Ja, wir beide waren noch nicht da. Aber jetzt geht es erst mal zu Linus. Wir sind arrived in Claro. So jetzt kann ich meine Temo... Das ist so ein ass-pussy. Von der Top, mach mein Ass. Oh, shit. Machst du das? So Martin, erzähl, was ist passiert? Mann, skibidi. Mann, wirklich, Digga. Mann, das kann man nicht beschreiben als insgesamt sieben Patches. Sieben Patches und... Nee, er hat trotzdem nicht funktioniert. Dann sind wir gefahren und da irgendwie kurz vor Haselfark, Digga, so... ... Martin, wir können hier lang. Wir können... Martin, könnt ihr auch lang. Ja? Ja. Mann, Digga. Wirklich, welchen Maxim hab ich wütend gemacht, Digga? Er hat so... Mit seinem Finger... Er ist da oben... Boah, warte mal, ich ste... ... 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